Hallo liebe YouTuber äh ja ich bin jetzt hier um euch zu sagen dass ich irgendwie schon totale Weihnachtsstimmung bin und äh da ich schon in Weihnachtsstimmung bin habe ich jetzt mal irgendwie so Lust ein Video zu drehen wo ich in Minecraft äh ja halt etwas bauen werde im Creative Mode aber halt auf unserem Server und das dann irgendwie passieren werde und das werde ich dann halt etwas schneller abspielen und ihr könnt dann halt so in zwei Minuten sehen wofür ich irgendwie zwei Stunden brauche oder was weiß ich und ja also wir sehen uns dann gleich wieder auf 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020